mal er kommt an wir haben ja Max Meierlau Euro ich weiß nicht was das für Intro war aber egal ja hier sind wir leider zuvor stehen geblieben ich muss kurz noch mal eventuell ein bisschen entmüllen gut so da war die Insel von letzter Folge hier ist das Raft das wir letzte Folge so ganz am Ende noch kurz gesehen haben da ist ganz kurz hinschwimmen und daher lässt mich natürlich nicht hallo heiß aggressiv ich verstehe nicht wieso ich mache am besten einfach schon mal eine kleine Kiste für meine Heitrophäen ich weiß nicht ich weiß ich hoffe dafür gerade auch Kunststoff aber das ist mir wert dann trage ich mich die ganze Zeit die Haiköpfe bei mir hier habe ich noch ein bisschen Haie du Dreckshei ich höre das doch wo was genau ist das hier ich weiß ich weiß nicht 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 ich bin jetzt ich bescheuert das habe ich auf jeden Fall gebaut ich habe dafür stabiles Fundament genommen ich bin doch komplett dumm stabiles Fundament ist teurer ich nutze doch die alten Teile hier lieber Fundament hier so ein Stück Schrott ich geh in die Kiste ich geh in die Kiste herstellen das ist meine private Kiste so da kommen die ganzen Heiköpfe rein und die gut so ich war ja kurz wieder ein weil ich brauche mehr hier würde ich jetzt noch mal da vielleicht drauf tun aber mach ich grad nicht weil ich halt einfach weil ich zu faul bin ich brauche dann Kunststoff es braucht Kunststoff um das Raft auszubauen und nur ein Haken das habe ich von beiden jetzt nichts erwischt habe ich brauche keine Planken aber Schrott habe ich eigentlich auch genug also ich mach mal einen Ersatzhaken da ist eine Insel perfekt ein Kunststoff ist gut noch ein Kunststoff und ich danke Nächster Wurf und zack bitte für Kunststoff Kunststoff und nur rüber das Teil braucht viele Planken Näh äh, gut, hier haben wir jetzt nochmal Kunststoff ich bräuchte langsam auch wieder das ist schon wieder nur eine kleine Insel das einzige was es da gibt ist ein bisschen Metall ein bisschen Holz aber ich brauche jetzt wirklich mal eine große Insel ich kann jetzt nicht einfach anhalten die sieht gut aus eigentlich ich werde trotzdem da kurz mal anhalten da wird aber kein Fisch sein, leider zum Glück habe ich gerade noch meine Planken schon habe ich einen kleinen wasser weg das ist der Jackpot dafür spreche ich kurz selbst lieber ins Wasser der High greift mich auch nicht an gerade hatte ich wohl einfach gerade Glück hier hole ich mir jetzt auch die paar Planken hier ist es schon merkwürdig aber egal hier haben wir Ananas brauch ich auch nicht ein kleiner Mangobaum Planker du bleuert dreck sei ich hasse diesen hei ich brauche jetzt hier der Metallspeer Seil und Bolzen habe ich noch oben kann ich auch neun machen hier ist die Bolzenkiste ich hab den Anker auch gesetzt gut dann kann ich hier kurz tauchen gehen dann mal ich muss doch aufpassen auf den Hai aber Nachts tauchen wird nicht bringen es ist zu dunkel gut 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 ist hier nicht wirklich viel ist hier nicht sehr viel hier ist nur ein bisschen Schrott habe ich mir das doch gedacht weißt du was ich hier gerade futter dein Bruder ich bin sehr traurig weil ich einen Bruder gefordert habe ich bin sehr traurig so dass den sie jetzt das ist ein bisschen metall ganz gut weiß nicht wirklich wichtig ist ich habe jetzt noch ganz kurz die bäume wo sei es ist gebrochen was passiert und er ist nur wellengang oder dahin das angeknabbert jetzt zum glück nicht es ist ein bisschen kunststoff was ich abfahren kann fett kunststoff es sind so viele planken wenn man sie nicht braucht es ist massenhaft kunststoff da wenn man sich braucht aber sobald man die sachen halt braucht ist nichts davon da zum glück ist gerade mein kunststoff da ich kann schon pennen ich kann taxi wenn ich schlafen ok mit halb rausgefühlt zwei planken es wird auf die Zeit echt teuer egal, hier ist noch eine Planke und hier ist noch eine Planke ich sehe sie eh wieder drin, also lohnt sich aber schon ich führe ich habe 12 Kunststoff, gut ich habe die nächste Errungenschaft freigeschaltet auch ganz nice ich habe die nächste Errungenschaft freigeschaltet ein Blatt brauche ich nicht was ist das ah, nur ein Blatt ich habe schon mal 20 das ist ich 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 Vielen Dank. Das halbe Raft geht gerade unter. Und es ist hoffentlich Nacht. Du kannst tagsüber nicht schlafen. Das werde ich nicht verpassen. Ja, jetzt ist mein PC-Eyes. Das ist kacke. Hm, bekackt. Ich bin nicht der Besteste, was das angeht. So. Ich habe hier einen sieben Klang noch. Den Schraub kann ich hier dazutun. Das hier brauche ich auch mal kurz hier dazu. Das hier packe ich auch in die Kiste. Den Steinbruch auch nicht. Die Mangos auch nicht. Ein Stück Seil. Ich hätte irgendwo noch genug Zeit haben. Ja, hier. Da kann ich einfach dazulegen. Ja, danke, dass sich auch mal der Wellengang beruhigt hat. Bitte. Wann kommt echt mal wieder eine große Insel? Das dauert so lange. Hä? Wieso bin ich auf einmal unterm Raft? Hä? Was ist mit diesem Interhaken los auf einmal? Und nee, ich weiß, dass das zu bedeuten hat. Es ist wieder Wellengang gleich. Ja. Es fängt wieder an. Ich hatte gerade mal zwei Sekunden Ruhe. Komm schon. Zwei Sekunden hatte ich noch Ruhe. Ich fahre noch mit vollem Tempo. Ich fahre noch mit. Ich fahre noch mit. Ich fahre noch mit. Ah, kucko. Ich nehme mal ganz kurz mal diese neuen Planken hier dafür. Oh, ne, sieben hier. Ja, ich habe ja noch 20. Du Dreckshai! Ich habe das gerade erst repariert. Ich habe es gerade erst hierhin gebaut. Dein Ernst? Oh, ich hasse dich. Ich glaube, ich töte dich auch gleich wieder, du blöder Hai. Ich habe gerade den Mond mit der Insel verwechselt. Ich muss schlafen gehen. Und ist hier irgendwo in der Insel? Ne, ich habe aber Wellengang. Wo ist jetzt dieser Anker? Ich sehe doch, wie dieser Hai da schon ankommt und... Ich schwöre die Hai, wenn du auch nur wagst, dieses Schlaf zu beißen. Wenn du dir das traust, setz dich in den Anker und jage dich zu Tode wie deine Brüder. Ich muss spaß, ich muss spaß, ich muss spaß. Ich habe mein PC heiß. Ich dachte kurz, ich will wieder im Wasser. Herr, in welche Richtung habe ich die Insel jetzt gesehen? Ich könnte schwören, da ist sie. So. Das ist eine Großinsel, das erkenne ich direkt. Ich möchte mich direkt. Das klappt, ich fahre genau in die richtige Richtung. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich war so kurz davor. Nein. Ja, dann beende ich die Folge auch. Wir sehen uns, wenn ich wieder auf der Insel bin. Aber da wird Manu dabei sein. Ich warte jetzt auf ihn. Tschau Leute.